Hallo und willkommen liebe Skylander Fans zu einem neuen Wunschkampf, heute von Julie Skylanders. Sie wünscht sich Stealth-Elf gegen Scarlet Ninjini und ich begrüße Sarah, hallo. Hallo. Wir spielen heute mal Gefängnisinseln, ok? Ja. Ok, und ich setze als erstes mein Skylander aufs Portal. Ich spiele heute mit Stealth-Elf Serie 1 und dann nimmt die Sarah ganz klar. Ja, ich wünsche dir viel Glück. Ja, danke. Ja, vielen Dank. Werde ich auch bestimmt brauchen. Kampf der Schwerter. Ich habe ja vier Stücke bei dem Kopf. In der Hand habe ich bestimmt so zwei Elfenbein, zehn Elfenbein. Jetzt von hinten direkt. Oh, jau. Oh, 180. Ach, ist doch nicht. Ja, die mag ich in Kugeln. Ja, sehr. Nur weil der Abonnent, weil ein Abonnent dir das gesagt hat, ne, dass du da A gedruckt halten hast. Also direkt 180. Aber ja gar keine Schnitte mehr. Obwohl ich muss sagen, wenn du das nicht so gut hinkommst, dann sieht das für mich gar nicht mal so schlecht aus. Oh Gott, oh. Mein Gott. Er hinterher hat eine Kombo rausgehoben, wo er dich gedreht hat und war vorher in den Turnier. Ja, wir brauchen noch nicht tauschen, weil ich kann mit Ninjini definitiv nicht spielen. Also das geht gar nicht. Ich mag diesen Skyländer zwar, aber nee, tut mir leid. Glückwunsch zum Sieg. Danke. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. So, und weil dieser Kampf gerade nur 30 Sekunden ging, haben wir, hauen wir jetzt direkt noch einen hinterher. Und zwar Bouncer gegen Scarlet Ninjini, auch wieder von Julie Skylanders. Ist jetzt eine einmalige Sache, weil das jetzt gerade so kurz war. Und wir spielen jetzt auf was? Sag mal schnell was. Komm, Würfel verließ, Arschlecken. Ich will auch mal eine Chance haben. Ich spiele jetzt mit Bouncer. Volles Fund, zackalaka bumm. So, und Sarah nimmt wie immer dann Scarlet Ninjini, ganz klar. Mit dem sie auch am besten umgehen kann. Mit am besten. Ja, machen wir Bouncer nochmal richtig drauf. Ah, alles klar. Geht doch. So, bereit. 3, 2, 1 und los. So, und jetzt hier kommen wir die Rechte. Ja, sofort im Würfel sagte. Wow, 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 wow. Ich muss wirklich drauf machen. Und jetzt die Raketen. Wolle. Feste, feste, feste. Und jetzt wieder schießen, 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 schießen. Nein, da kommt der Würfel. Oh Gott, der Würfel. Wie gut hat sie ihre Kombo jetzt noch nicht gemacht? Und da ist er! Oh, 180! Ich glaube nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Renn doch, renn doch, renn doch. Nein, renn nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Boah, der ist aber auch langsam auf seinem Rädchen da, ne? Ja, der ist auch langsam. Der ist genauso langsam. Ja, definitiv nicht. Du hast auf deiner Karte hinten 100 stehen. Und ich hab bestimmt 10. Was steht da? Der Dritte. 50. 50, siehst du, du hast das Doppelte. Und ich hab einen Motor im Arsch. Willst du mir jetzt sagen, dass ich immer noch schneller bin? Glückwunsch, dass du mich zweimal hintereinander in einem Video besiegt hast. Danke. Ja, nee. Nochmal danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.